ha das hier und sie sich ja nicht die frage ich hab euch ich hab nur einige ein mann gesehen der halt der gegräuchte ich hab gedacht zwar eine KI ok weiteres vorgehen wir werden jetzt weiter zu Cp Amsel gemeinsam der Feind dahinten ist ein einzelner Schütze noch im Wald da oben wir haben auf ihn geschossen ziemlich viel ich weiß nicht über Todeskonten, dass wir in Anführung nicht gefunden haben seit dem Gras hat er sich schwierig auch wenn er weggelaufen ist, einem einzeln will ich nicht hinterher rennen ok wir fahren jetzt fort bis zu Cp Amsel, der Weg sieht sicher aus das heißt, Waffe erst mal gesenkt bis dahin fort wird dann wieder gewechselt in einer Kolonne, Reihenfolge erst mal egal Hauptsache wir kommen von diesem Fleck hier weg ja so absolut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verstanden? Dann jetzt um mich herum die Linie aufbauen Abstand zwischen 1,205 Meter In der Kolonne hintereinander, hier auch seitlich Er kann ausrichten auf 210 und Feuerstatus ist jetzt grün Alle bereit? Ja Das sieht man nicht aus wie ein Keil Das sieht man nicht aus wie ein Keil So Die G-Schützen sind z.B. langsamer als ein Grenadier Das ist nur verständlich Ja 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 In 50 Meter hls machen Am Ende des Waldrands. Verstanden. Und Halt! Fein konnte ich schon 193 nicht bekämpfen. Das ist ein einzelner, wir hatten es doch nicht bemerkt. Schuss! Scheiße, Mann! Leute, wer übernimmt die Leitung? Äh, Karim, mach du! Mach du die Leitung, Karim! Okay, alles klar. Position soweit halten erstmal. In der Linie, weiter nach vorne an die Burgmauer. Wir gehen an die Burgmauer, Leute. In der Linie, weiter. An die Burgmauer gehen wir. Muss nachladen. Gute Arbeit! Gute Arbeit! Treffen am Tor! Treffen am Tor! Keine Granaten einsetzen! Wiederhole, keine Granaten einsetzen! Ich bin hart getroffen, aber... Ich hab grad lags. Hab einen! Ja! Headfly, überprüfe, ob alle da sind! Ähm... Ja, alle, bis auf... Haben wir eine KI-Moment? Hm. Negativ. Und, äh, steht noch ein Mann. Muss ich kurz selber heilen? Oh, das könnte Manuel sein! Äh... Loote ich? Nicht oder? Headfly! Ich hab jetzt einen Moment... Scheiße! Beschuss! Ja! Bro! F**k! Ich hab einen gekämpft! Das ist Manuel! Das ist Manuel! Das ist Manuel! Das ist Manuel! Der blöden Granaten! Äh... Komm ich kurz an den Hallen? Jo, alles klar! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal zu mir! Headfly, weitere Sicherung... ...halten! Ähm... Da war ich drum! Danke! Mach Bein rechts! Was? 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 Ein Feind bekämpft! Passt du mal auf, Jumsef? Äh, ne, hab ich schon genommen! Passt! Ja, alles klar! In dieser Mission hab ich bis jetzt nicht ein Feind gesehen! Ich hab immer blind geschossen! Ich hab hier gerade welche im Ding erschossen, dass sie ihn hätte von euch nicht erwischt! Du hast gesehen? Oh, 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 da ist jemand! Headfly! Achtung! Muss ich mir immer Morphium spritzen, wenn ich verwundet bin? Was ist? Muss ich mir immer Morphium spritzen, wenn ich verwundet bin? Nein, wenn du so verschwommen siehst, oder... Achso, gut, weil ich war nur überall am looten! Ja, ne, dann brauchst du kein Morphium! Das wirst du schon merken! Du wirst ganz komisch sehen, als wärst du irgendwie auf Drogen oder so! Ich weiß, ich war ja schon mal bewusstlos! Kann mir das Ding sterben? Ich überleg gerade! Wie viele Leute sind wir? Äh, fünf, oder? Ja! Ja, fünf! Danke schon! Ich check kurz die rechte Seite! Kann ich mitkommen? Negativ! Ah, die Täter läuft vor! Okay! Ah, check das mal bitte! Mittlerweile Teamlieder! Ja! Ja! Noch wichtiger! Zwei Nachweiler! Zwei Leute! Bitte! Sind fünf, alles klar! Gut, ich möchte das... Golders Eis! Und... Und... Ja! Ihr werdet rechts rum gehen und euch dort einen Eingang suchen! Sobald ihr einen gefunden habt, wartet ihr dort! Okay! Wir werden dann gemeinsam rein vorrücken! Gut! Übernimmt ihr bitte die Sicherung? Ja! Mach ich! Jo! Sepp hat das! Rechts rum! Jetzt hier durch das Tor oder ganz außen rechts rum? Rechts rum! Ganz außen! Wir gehen durch das Tor! Wir gehen gleich durch das Tor! Ihr sucht euch einen anderen Eingang! Passt auf euch auf! Was ist da los Leute? Wir kriegen aus unbekannte Richtung Beschuss! So verstanden! Im Notfall wieder zurückziehen! Komm! Wir gehen jetzt rein, um möglichen Kontakt in der Burg auszuschalten! Haben den Feind, der uns beschossen und bekämpft! So verstanden! Dann warten wir doch noch einen Moment! Wo war der? Der war... Ähm... Ein Moment... In südlicher Richtung! So verstanden! Also außerhalb der Burg! Haben einen Eingang entdeckt in die Burg! Wir würden dann aus... Südwestlicher Richtung in die Burg reingehen! Deck! So verstanden! Dann werden wir das so machen! Wenn ihr reingeht, geht ihr rechts rum! Und wir gehen links rum! Wir dürfen uns dann in der kürzester Zeit sehen! So verstanden! Okay Leute! Zugriff! So, ich möchte, dass du AdFly vor gehst! Wir gehen links rum! Oh, Kontakt! Seht ihr den? Alles gut! Sorry! Wir gehen links rum! Wir gehen links rum! Links! Ja, Kontakt! Ich bin getroffen! Der hat sich rechts hingelegt in Kontakt! Ja, rechts hinter dem Turm, oder? Am Turm haben wir wahrscheinlich immer noch keinen Kontakt! Oder seid ihr das? Ich verbinde mich mit den hier... Ich weiß nicht... Die dürften vorne rechts irgendwo sein! Die anderen beiden haben Kontakt! Ich binrad! Ich bin imd zu, wie ich euch noch was! Ich bin in der Nähe! Also... was ist raus? Ich bin in der Nähe! Ich bin mir hier noch nicht unterhalten! Von einem Holz in einem Steg, ihr müsstet uns eigentlich erkennen. Oh fuck. Drücken wir mal das Netzmittel bitte rein. Ja, warte, warte, bleib hier, bleib hier. Positiv, und mein Grenadier hat eine Grenate geschossen. Alles klar, außerhalb der Bockmauer haben wir noch Kontakte. Innerhalb der Bockmauer scheint alles sauber zu sein, kannst du aber nicht. Wir sind sicher, komm. Okay, passt Daniel. Danke. Finde. Ich weiß nicht, sollte einer auf den Turm oben Stellung beziehen? Hab ich auch schon eben überlegt, aber ich weiß nicht, ob das so relevant ist, weil wenn du oben bist und auf die Bäume rauf guckst, kannst du auch nicht viel erkennen, denke ich. Aber wir müssen den Turm klären, da könnten noch Feinde drin sein. Ja, das auch. Stimmt, stimmt. Ähm. Ja, sollen wir klären, weil dann nehme ich Wack-Nahkampfhyser. WM-P7. Steven und Kultus Ice, ihr habt die Aufgabe, den Turm zu sichern. Ist das heute ausführbar, komm. Positiv, in den Eingang direkt vor uns, wir können ohne Gefahr in den Turm rein. So verstanden, sichern Sie den und nach eigenem Ermessen eventuell nach oben und Stellung beziehen. Müssen Sie selbst gucken, ob das für sich für sinnvoll eignet, komm. So genau, du ziehst hier, äh, beziehst hier Stellung. Mhm. Dass du diesen Eingang hier decken kannst. Jo. Und, wir warten hier erstmal. Denken, Ed, vielleicht rücken. Okay, ein Schaffheimkontakt doch noch zu dünn. Jo, offensichtlich, wir sind zu oben. Der lag hier noch frech. Ich glaub's nicht. Aber die Waffe gefällt mir. Das Visier, das Visier ist auch nicht schlecht. Fällt mir auch extrem. Welche? Ja. Ach, die mit Stipeout-Visier? Ja. Nice. Der Tum ist gesichert, wir schauen uns mal hier oben ein bisschen um, ob wir noch Feinde von oben erkennen. Superstanden, anschließend runterkommen und bei uns sammeln. Wir sind im Nord-Osten des Tums, beziehungsweise Ost-Ost. Wo, glaub ich, mal ein Haus gestanden hat. Oder, ne, oder? Oder? Oder, es sieht jedenfalls auf der Map so aus. Alter, du meine Versuch. Das ist immer der Zufall, weißt du? Manchmal kriegst du ne Kugel und... Ja, ist scheiße, obwohl du aufgepasst hast. Manchmal passiert's halt. Ja, aber ich hab vorhin auch so rumgeleckt und hab ich auch so, oh oh, jetzt, also wenn ich jetzt sterb, dann, ja, man ist so bei. Ja. Das Geile ist, ich nehm das alles auf, haha. Kann ich ihr dann nix centen, wenn ich's hochgeladen hab? Was, was, was leidst du hoch? Achtung, er schlau ich, Kreuze. Das geht nicht. Was leidst du hoch? Okay, Leute, äh, Steven Coldes Ice, habt ihr da oben irgendwas aus, äh, erkennen können oder sowas? Negativ, keine auf der linken Bewegung. Ja. Machst du Videos oder was? Ja, lass doch das Licht an! Was, leid aus, ne? Alles klar, ähm... Das ist ja ne Leiche von uns? Nein, nein, das ist ne MPC. Oder... So. Ey, F liegt ihr doch in der Uniform. Das bedeutet, wir machen weiter. Wir sind in der Burg. Äh, Leute, ich weiß nicht warum, aber ich hab kein Funkgerät. Strike oder die KI hat kein Funkgerät gehabt. Oder eins von Manuel. Geh Manuel flättern! Ey, ich kann auch ohne. Wieso, du kannst ihn doch, äh, flättern lässt du dir ganz in der Nähe noch. Ich könnte noch mitkommen, dann bist du nicht alleine. Ich traue mich nie. Nein, Scherz. Nee, boah, ich nicht. Ich hab ja immer jemanden an der Seite. Alles klar, gut. Ja, dann, Colt und Steven, ihr seid ein Buddy-Team. Falls, also, falls wir uns trennen, dass ihr immer beisammen bleibt. Und falls ich sage Team 1, Team 2, dann wisst ihr, wer Team 1 und wer Team 2 ist. Ihr seid nämlich Team 2. Alles klar? Ich wollte gerade fragen, wer ist dein Team 1? Ja, 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 so. Wissen wir? Hm? So. Um, um Manu seine letzte Ehre zu erteilen, werden wir seinen Plan fortführen und nicht einen neuen entwickeln. Der lasst, lasst, stimmt jetzt einen ab. Der ist wahrscheinlich ein bisschen beleidigt oder sowas, aber das hat er erwischt, wo dann... Ich hab wohl nicht als erstes gekroffen, obwohl ich am besten gedeckt war. Alter, das ist einfach zu geil gewesen, einen Fall entdeckt, aber nicht bekämpfen, wer hat das noch nicht bemerkt. BAM! Tode! Nö! 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 Ich glaub, gestaffelte Kolonnen sind immer zu wenig mit Fünf, oder? Wir werden im Keil vorrücken. Und zwar, MG schützen rechts, links, von mir, wie, nein, nicht von mir. Sieben, du laufst vorne. Könnte auch ein V machen, ein bisschen höher. Lass doch eins bleiben vorne laufen. Mann, ey, das hat ein MG, ne? V ist sowieso vorne, dann sterben wir alle. So, MG rechts, links, Sepp nimmst linke Seite, ich rechte Seite. Okay. Sieben, Südosten, einfach nur Südosten. Alles klar. Äh, wir nehmen die Waffe, also wir nehmen die Waffe hoch, aber nicht ganz hoch. Versteht ihr, was ich meine? Ja, nicht im Anschlag, aber so halbatz. Oder heißt, willst du links gehen oder rechts gehen? Ich zog Kreuz auf und mittel, ja, ne? Dass ich weiß, wo ich landen muss. Ach so, ist das einfach südostlich. Einfach südostlich, genau. Ja, ist klar, schon verstanden. Decker. Musik. Musik. Alles klar, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Nach anderen Ausschalten. Oh. Wo genau? Wo genau? Rechts. Jetzt hört das, Steven, natürlich nicht. Ich gehe runter zu ihm. Kommt am besten mit. Wir gehen weiter. Ja, noch einer. Ja, da fallen noch Schüsse. Runter, runter bei den Bäumen, Deckung suchen. Steven ist bewusstlos. Rechts ausweichen, Deckung suchen an den großen Bäumen. Oh, wird beschossen. Ich möchte eine Rauchwand, eine Rauchwand. Okay. Okay. MGs, Sperrfeuer, Richtung. Posten, 107, Sperrfeuer. Jetzt soll nicht beide nachladen. Wo bist du? Äh Elfmagazine Wir gehen zurück den Berg hoch Wir gehen zurück den Berg hoch Verstanden Den Berg hoch Alle Rauch werfen So viel ist gut Getroffen Schaffen wir Fuck wo ist der Ah ich glaube ich weiß wo die sind Versucht euch irgendeine feste Deckung Am besten irgendwelche ganz dicken Bäume oder sowas zu suchen So Leute Sind alle wieder beisammen oder? Steven ist halt oh mächtig Den werden wir gleich irgendwie retten müssen Den lassen wir da nicht liegen Ich weiß ungefähr von wo die Schüsse kommen Aber ich kann es nicht auch Von 107 wie gesagt eben Hab ich welche gesehen Ich hab noch circa 800 Schuss So verstanden Und du? Wie Schuss hast du noch? Äh Volles Eis Wie sagt 800 Schuss hab ich auch gerade gesagt Achso äh adfly 107 Max Wow Oh Scheiße Au Au Ich bin alter scheiße Guck hier alles klar Ja Naja Eigentlich war's Kannst du mich ein bisschen verbinden? Ja warte Ich mach Tor so Aua Aua Ich mach Arm rechts Ich hab den Feind entdeckt Der ist bei 101 Ok Sperrfeuer und Feuer frei und Ausscheiden Ich bin schwer erwischt ey Haben wir noch einen Sunny? Ja ich Aber ich bin selber die ganze Zeit am verbinden Ich kann nicht irgendwie nachgucken oder so Immer wenn ich das gerade das letzte verbinde Äh Hast du jetzt das linke Wahn oder? Ja mach ich Ok Was noch was im Morphin Äh Morphin brauchst du? Der müsste jetzt gleich so aus Richtung Osten eventuell kommen der Feind Nahbereich Gekämpft Die kam im Osten Nahbereich Ich muss mich verbinden Alter Wenn man unnächtig ist wieviel Zeit hat man oder ist es unbegrenzt? Äh ne Schon wieder alles im Besten Okay alles klar Cookie Halt nie hier die Stelle Ist man äh nach einer gewissen Zeit wenn man unnächtig ist tot oder hat man unbegrenzt Zeit? Äh Wenn du Glück hast und noch nicht verblutet bist wachst du wieder auf Achso okay Hast du noch Hilfe cool das Eis? Ehe ich könnte noch einen Morphin gebrauchen So drück ich dir Ich bin grad noch mit meinem letztes Beinem verbinden Dann müsste ich eigentlich letztes sein Alles klar und wir halten jetzt so lange die Stellung circa 5 bis 10 Minuten wir gucken wie es hier aussieht Wir versuchen jedoch Nein wir bleiben hier Wir bleiben hier Wenn wir keinen Kontakt haben nach einiger Zeit werden wir runter gehen und langsam zu Steven vorrücken Aber es hat keinen Funke das gell Mh Mh Das kommt von rechts Süden Süden 160 150 Warte Alles klar Alles klar Ich bin ganz klar Warte Ich bin echt mit dem Schnelles Ich bin ein Schnelles Ich bin ein Schnelles 100 Grad, 105 Grad, ungefähr 200, naja, auf dem Berg. Wie viele? Patrouille, 1, 2, kann wurde drei Mann bekämpft. Nicht feuern, nicht feuern. Vier Leute. Feuern. Distanz, kleinen Moment. Sehr, sehr nicht. Stößt nur. Ungefähr, die Distanz sind 600 Meter, sorry, verschätzt. Negativ erstmal nichts bekämpfen. Ich seh die gar nicht. Steven, wir meinten noch alle zurück, aber du hast es nicht mehr gehört, ne? Nein, eben, schickst mich ohne Funkgerät nach vorne, Alter. Junge, was ist da los bei dir? Ich seh, ich seh den Feind laufen, ich leg mich hin, ich schieß auf den Typen, ich krieg von links eine Kugel im Kopf, Alter. Ich bin sofort bewusstlos. Ich seh, ich lege euch nur hinterher, ich schieße, schieße hier. Engelsteuer, Engelsteuer, Feuer, Engelsteuer, Feuer, auf einmal jetzt hier euch zurückgeheben. Wichser, hätt mich ja wenigstens mal einer fragen können, Alter. Alter, ja, weißt du was los war, Alter? Ihr habt euch zurückgezogen, ich war nur wurslos. Ich hör nur Getrampel an mir vorbei, ich denkst, was, jetzt los? Ich hör nur, Engaging, Engaging, Alter. Ich glaube, das sind schon mal eine Patrouille, die ich sehe, nur ein Mann, nur ein Mann, aber... Wenn ich jetzt aufstehe, hab ich mir gedacht, ne? Wenn ich jetzt aufstehe, dann bin ich tot, Alter. Siehst du sie im Moment, ich kann sie nicht sehen. Die Patrouille im Dorf ist das, äh, da drüben, wo wir noch hin müssen. Drei Mann sehe ich da jetzt schon. Alles klar. Positiv. Oh, doch, ich, 1, 2, 3, 4, 5. 5 von mir. So, Leute. Distanz. Wenn ich das Gebiet jetzt hier so sehe, werden wir vorrücken über Süden, über den Berg im Süden. 1.090 Meter. Damit wir das Tal meiden, weil dort haben wir immer noch wahrscheinlich Kontakte. Jo. Aber Steven, wir haben deine Rettung schon geplant, also... Ah, ja, das kennt er schon. Deswegen seid ihr auch alle hier. Ja, wir wollten warten, dass der Feind abhaut, und dann müssen wir uns dann schmiedlich zu dir gehen. Wollen wir nicht so entspannen? Ja, ja. Wollen wir nicht so entspannen? Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wer war das eigentlich? Rechtskontakt, nachhaltig! Camp. EGF! 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 Das war doch bei dir, ne? EGF, ich hab' ich doch quer die Pampa gescheppt bei dieser einen Mission, ne? Und du haust einfach ab, ohne mich mitzunehmen, was ist da los, Alter? Ach, wo? Na, wer war das? Ach, du hast mich mitgeschleppt, aber ich konnte ich nicht mitschleppen. Ich wollte mich mitschleppen, aber ich hab' selber Kugel gefangen. Ja, Elfler, Elfler, ihr habt alle da irgendwie gesehen, wie die Situation war da, ich hab' keine Chance auf Rettung, Alter. Alter, Jungs, wer hat grad eben die, wer hat grad die Feind entdeckt? Welche? Junge, 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 das war grad Irrisch, glaub' ich hab' Ja, ich hab' ihn gesehen. Okay, Leute, wir gehen jetzt über den Süden, über den Berg, Richtung Stadt. Äh, Patroni läuft hier den Berg auf. Wo? Äh, alte Position, 600 Meter von mir aus, äh, Gradzeile ist 106. Genau, und die meiden wir, genau durch, genau deswegen will ich da lang. Alles klar, Leute, wir machen einen Keil, wir eben nur Sepp und Steven tauschen. Oh, okay. Sepp, du bist die Witze, weil du hast ein Funkgerät, dann hörst du nämlich, wenn ich Stoppsage. Ja. Und Steven sieht, wenn wir stoppen. Und Sepp, war da rechts oder links? Ich, ich war links. Okay. Okay, Leute. Wo nochmal drüber? Übern... Genau, 170. Wir wollen jetzt 170. Sepp ist die Spitze. Also da lang. Okay. Alles klar los. 通常 hier. Tschüss. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen zurück, den Berg runter und folgen dem Banshee Verstanden Achso, ja, wir sind dann nebeneinander Ah... Kontakte an der Küste, Richtung 1, 3, 0 Zwei Kontakte, höchst, mindestens Anlegen Bewegt sich Vielleicht verziehen sie sich Anlegen Soweit sie schießen, Feuer Oh, der zoppelt Ich seh nur einen Einer, ich seh der, wo sich... Ja... Ich seh den links nie bei dem Baum, wo sich gerade hingelegt... Ja, wir haben wahrscheinlich eben die Schüsse gehört Okay, könnt ihr alle sehen? Ich kann einen sehen, ich kann einen sehen, wo sich hingehockt hat Okay, solange mindestens zwei sehen können... Ach, wo ich seh... Ach, ich seh beide, ich seh beide Ich kann zwei sehen Okay, Feuer Okay, Feuer einstellen Runter zum Stein, äh, auf 110 Weil wir folgen weiterhin Kolonne Okay, wir sprinten Oh, Kontakt a... Kontakt auf der Straße Einlass auf der Straße, hab ich gerade gesehen Gut, Leute, hier bei mir sammeln Ich möchte, dass Sepp, du deckst den Süden Die Südseite, dass uns da niemand überrascht Okay Äh, Steven, du übernimmst die rechte Seite, den Nordosten So, hat irgendjemand normale G36-Magazine dabei? Inke Seite Negativ Nö, nö Gut, alles klar Checkt eure Magazine durch, guckt, ob ihr genug habt Wenn, dann tauscht untereinander eventuell noch ein bisschen was Äh... Ne, bei mir ist alles in Ordnung, ich hab noch genug Ist klar Oh, du hast noch ein kleines Mal Du hast einen kleinen Kaliber, gell? Oder? Ich weiß nicht, 200 Schuss, äh, mit... 5,56 Millimeter, ja Okay, ich hab 7,2 Schade Äh, deswegen hast du wahrscheinlich so schön umgebracht Ich hab noch, ich hab noch 5 Max Ähm... Soll ich irgendwie vielleicht Feuerdeckung vom Stein geben, oder? Oh, schon? Hier, wir kriegen den Schuss rein von der Stadt Ähm... Moment, äh, F3 Ja? Aua, ich rutsche Und... F3, siehst du den Stein auf 2,2,0, circa 10 Meter? 3,2,0? Äh... Ja, Jungs, ich bin untergerutscht So mit Ja Äh, legst du dich hinterher hin und guckst in die Stadt rein? 1,2,0 Karin, warte mal kurz, ich bin untergerutscht Oh, cool, das Eis Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Was ist das? Ja, ist vielleicht passiert Ja Äh, ich weiß, ich habe die Schwierigkeiten Kein Problem, einfach von da eventuell Bei mir ist alles, ich bin vollkommen im Arsch Ja, ich auch, halberts Oh Oh Ah Cool, das Eis und Steven, ihr bleibt hier oben liegen Ihr bleibt hier oben liegen Der kommt nach eigenem Emelie Ziehen und Feuer Mit Donatfeffer MG Ich möchte die Stadt richtig aufleuchten sehen So, ich komme runter, Jungs Ja, pass auf Aua Ich habe mich weggerollt Okay, Leute, wir rücken vor Ja, warte, kann ich mal rücken, kurz Gut, Team 1 wird jetzt vorrücken Richtung Stadt Team 2 geht bitte möglichst gut decken Warte, Cardim, ich bandagiere mich noch kurz Auf der rechten Seite der Stadt, das heißt im Südosten Erdbe Kriegen wir Beschuss rein auf unsere Position Das heißt, wir sind ziemlich weit rechts Könnt ihr da mal nachgucken? Team 2, komm Ich muss jetzt mal bandagieren hier Ich bin vollkommen Ich auch Cardim, kannst du mir ein bisschen was reindrücken, bitte? Ich kann dir was reindrücken, dann geht's Moment, wir sind uns gerade so ziemlich am verbinden Wir auch So verstanden, wir genauso Oh Mann, ey Fuck, jetzt kann ich mich nicht selbst machen Gib einfach Deckung, gib einfach Deckung Ich kann mal mich hin Und nicht umsonst so viel Medizin damit So, ich bin wieder komplett Ähm, geschätzt, zweite, zur Stadt Ähm, geschätzt, zwei, zwei, zwei Ähm, geschätzt, zwei, zwei, zwei Ähm, negativ Ja. Er braucht noch zwei Bandagen. Daniel, ich kreuze gleich, gell? Ich kreuze. Okay, jetzt. Bist du runtergefallen? Warte, ich komm mit. So, bitteschön. Scheiße, ist gegen das Tod. Okay, wir bleiben hier oben. Wir schießen von hier oben.